So, hier ist aber eigentlich genug ausgeleuchtet, ne? Ja, hier sind ja überall Half-Straps. Ja, aber... Nein, hier, hier ist noch voll, Flo. Hier ist noch... Stone. Wie du siehst. Ja, stimmt, ja. Aber hier spawnen die ganze Zeit. Ups, auch keine. Ja, weil wir die ganze Zeit auch hier in der Nähe sind. Die Monster spawnen ein bisschen... Nein, nein, hier ist ja überall ausgeleuchtet, guck das an. Hier ist, glaube ich, hell genug. Hier wäre es zum Beispiel... Flo, wir sind hier auch die ganze Zeit in der Nähe, also dürft ihr da unten ja eigentlich auch nicht spawnen, weil das ist ja auch noch in unserer Nähe. So, würde ich sagen. Egal, ist ja Wayne. Äh, Erde kommt hier rein, das kommt da rein. Da hin, zack. Brauchst du denn Brot noch? Ich habe heute keinen Hunger. Na gut, du hast nie Hunger. Ähm, wir brauchen noch eine Pilzfarbe. Und ich brauche Holz. Ich nehme mir hier meine Achse mit einfach. Witz. Ich brauche trotzdem Holz. Zack, 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 zack. Nice. Hm. Ja, die mache ich ganz stumpf hier, ganz provisorisch hinten hin. Ich mache mal mehr Slaps. Ich brauche mal mehr Slaps, so. Zack. Hm. 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 Ja, passt so. Dann kommt das hier nämlich so weiter. So, und hier kann man dann ja... Nein. Die Pilzfarm, sag ich mal, bauen. Das reicht ja, wenn dann hier so ein Half-Slap ist. Zack. Zack, zack. Und hier so ein Half-Slap, dann dürfte das ja genug Licht haben, oder? Ja, warte mal. Ja, wo? Warte, warte, warte. Ähm. Ich wollte hier zwei Ebenen machen. Warte, kann man Pilze... Pilze kann man auf Stein kap... Ne, auf Cobblestone nicht platzieren, auf Stein, oder? Auf Cobblestone kann man die platzieren. Kann man nicht, guck doch. Du hast Brot in der Hand. Ja, hier aber, guck. Aber nur, nur wenn es dunkel genug ist. Warte mal, ich mach das mal eben so. Ich teste das mal eben aus. Alter, dass mein Ding es zweimal baut, manchmal ist echt scheiße. Das Mysterium wurde alles auch geklärt. Das Problem ist, da drin können wir Monsters spawnen, oder? Deswegen, wo man lang gehen kann, wo es zwei Blöcke hoch ist, da lieber Half-Slap benutzen. Und dann suchst du dann zweieinhalb Blöcke hoch. Platz machen. Zweieinhalb Blöcke hoch. Achso, ja, ja, ich weiß, ja, ich weiß, wie du meinst. Wir können ja auch in der Masse drin spawnen, und wo die Pilze sind, halt eben ein Block hoch. Ja, warte, warte, warte. So, hier wollte ich eine Reihe voll Pilzen machen. Das heißt, hier drauf kommt die nächste Reihe von Pilzen. Ja, das passt. Wie, wie weit mach ich die Reihe denn? Drei, vier, fünf, ich mach mal fünf weit, okay. Eins, zwei, zack, zack. So. Gut. Ja, dann können, ja klar, dann können auch keine Monster gleich drin spawnen, weil ich ja so gesehen keine Freiheit, äh, kein Dings hab. Kein, kein, kein Block ist irgendwie hoch, oder so. Ach, du verstehst mich schon. Ja. Zack, 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 zack. Nein, oah! Zack. So. Ähm, dann hätten wir das. Dann wollte ich hier eine komplette Wand bauen. Und hier auch. Und ich glaub, die muss noch einen höher, ne? Ja, genau. So. Und... Warte mal, kann ich hier drauf Pilze platzieren? Nein, klar, kann ich's nicht. Obwohl, warte mal. Wenn die in halben hoch sind. So, mach ich das mal erst so. Mach ich das einmal kurz hier irgendwie provisorisch zu. So, dass da gleich kein Licht reinkommt. Ist doch hell genug, oder? Ist doch hell genug. Nee, auf H-Steps können die nicht. Nee. Hätte mich auch gewundert. Hätte mich auch gewundert. Das heißt, ich muss die gleich alle nochmal einen Slab höher platzieren. Aber dann dürften sie hier auch nicht spawnen. Nee. Warte mal. Doch, klar. Ah, ich muss das gleich irgendwie noch mal irgendwie rumwürsteln. Zack. Scheiße. Das heißt, eigentlich könnte ich hier mit Slabs arbeiten. Aber ich muss schon cool aussehen. Das muss symmetrisch aussehen, meine ich jetzt. Zack. Das heißt, da sind anderthalb Blöcke hoch. Das heißt, hier muss auch anderthalb Blöcke hoch sein. Nein. Ich bin Lappen. Zack, nichts. Nein. Schon wieder. Du bist Lappen, Lappen, Lappen. So, warte mal. Wenn ich jetzt bis hier hin... Ich kann hier unten zwar nicht lang gehen. Nee, ich muss bis da hinten durchgehen können. So. Flo, komm mal her. Ja, gleich. Och. Der hat mich jetzt angeschrieben. Nee. Ah, hat sich erledigt. Hat sich erledigt. Schwule, der hat mich mal angeschrieben. Ja. Mich vorhin auch schon. So. Das heißt, ich kann... Mach ich hier unten... Ich glaube, hier unten mache ich alles voll mit... Hier kann ich keine platzieren. Hier auch nicht. Moment. Kann ich auf Steps... Auf Slabs kein... Oh, man kann auf Slabs keine Dings platzieren. Scheiße. Keine Pilze. Ja. Hm, Manu. Mein kleiner Finger schläft schon wieder ein. Ich frage mich, warum. Warum denn immer bei Minecraft? Keine Ahnung. Das ist echt ätzend. Warte, in der Mitte kann eigentlich Slab bleiben. Zack, zack. Hör auf zu schreiben. Du bist in Aufnahme. Das ist keine Zeit. Nee, du wirst mich halt nur freuen für mich, dass er jetzt deinen Lappen hat. Ich weiß. So, das werden jetzt auch nur oben zum Beispiel rote Pilze wachsen und unten werden nur die braunen wachsen, ne? Ja. Müsste. Gut. Kurz rausgehen. Wenn ich jetzt... Nee, es ist glaube ich nicht dunkel genug. Ist es dunkel genug? Ich glaube schon, ne? Ja, da hinten ist ein Licht-Bug. Ja, da sind nur drei... Auf dem Blanksystem war es nur... Warte mal, ich versuche den Licht-Bug mal zu beseitigen, indem ich hier drauf keines Dings mache, sondern... Okay. Keine Pilze sind abgebaut worden. Zack, 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 zack. Ja, jetzt ist kein Licht-Bug mehr da. Das heißt, es dürfe... Ja, das ist dunkel genug. Scheiße. Zack. Warte mal, wenn ich den wegmache. Zack. Das dürfte auch schon dunkel genug sein. Oh, cool. Dann kann ich jetzt beobachten, ob wir Dingsnutz bekommen oder nicht. Oh, Gott. Das war jetzt wohl jetzt meine Schwester noch von mir, ey. Oh. Schreib einfach nicht zurück. Wir wissen, wir haben eine Aufnahme. Du hast keine Zeit. Man hört vor allem mega, dass du schreibst. Dann werde ich halt was nachgucken nebenbei. Eieieieiei. Ich wollte Zäune machen. Vielleicht bist du zu viele Zäune, aber egal. Oh, Mann. Er hat mir ein Foto geschickt. Was machst du denn? Eigentlich habe ich gerade nur einfach meinen Aschenbecher zur Seite gestellt. Eigentlich. Ja. Ja. Aber. Maxi. Ja. Wie schnell drehe ich mich bei dir? Nicht so schnell. Nee, weil ich war im... Gerade, wo ich... Ich habe gedacht, das würde funktionieren, aber funktioniert doch leider nicht. Oh, lol, Alter. So. Hier müsste auch mal ein bisschen ausgeleuchtet werden, ein bisschen mehr. Zack und... Zack. Wir müssen ja eh noch ein paar... Ach, ach komm. Warte mal. Wenn ich schon... Wenn ich schon dabei bin, dann... Naja, nee. Das wollte ich nicht. Hm. Ich brauche... Bisschen voll. Bisschen viel Holz gemacht. Egal. Zack. Zack. Haben wir das auch schon mal abgeschlossen? Zack. 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 Ich denke, das dürfte... Ja, komm. Ist hoch genug. Ich hoffe, es ist jetzt... Nee. Es dürfte die nicht erhellen. Moment. Nein. Ich habe eine Axt. Warum nutze ich nicht die Axt dafür? Keine Ahnung. Zack. 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 Loll. Shit. Ich kann da keine ran machen. Egal. Du wirst jetzt, wie ich gerade Minecraft spiele, ey. Wahrscheinlich im Sitzen. Nee, mit was? Mit der Maus. Nein. Dann weiß ich es nicht. Grafiktablet. Ach, dein Ernst? Ja. Warum? Brauche ich einfach nur einen Stift in der Hand halten. Und kann das halt auch hin und her switchen beim Abfarmen. Und ich wollte das mal eigentlich mal irgendwann mal wirklich mal ausprobieren. Wie es ist, mit Grafiktablet Minecraft zu spielen. Ja, du kannst mit der Maus auch die ganze Zeit hin und her switchen. Ja, aber ich kann mich halt einfach weiter zurücklehnen. Weil mein Grafiktablet einfach mehr an mir dran ist, als für die Maus. Hättest du die Maus auch wohl ja nicht ranziehen können. Ey, meine Maus ist hinten an meiner Rechner eingesteckt. Mein Grafiktablet vorne. Ich seh da kein Problem mehr. Umstecken. Nee, danke. Ja, ich bin begeistert. Es ist unglaublich, was mein Leben jetzt bereichert, weil du mit Grafiktablet Minecraft spielst. Ausprobieren. Ich mein ja nur. Genauso wie Boxbox, ähm, Ninja Flashen mit, äh, mit PSV-Controller spielt. Ja, aber das ist noch witzig und sinnvoll. Aber Minecraft, vor allem weil du einfach nichts zu tun hast, außer zu fahren. Also, weiß nicht. So, also wenn das jetzt hier nicht erleuchtet ist, ne, dann weiß ich auch nicht weiter. Dann weiß ich auch nicht weiter. Ich hab jetzt sogar schön, ähm, Glowstone hingestellt. Okay, der Weg hier drauf ist nicht so wirklich erleuchtet. Nee, verdammt. Jetzt kommt. Jump-Run-Skills. Hä, dein Ernst. Dein Ernst. Nice. Ähm. Dein Ernst. Meine Maus spackt gerade richtig ab. Ey, das ist unglaublich. Zack. Zack. Ja, eigentlich muss an der Seite ja nichts sein, aber... Weihnachtsprotest. Zack. Zack. Ah, gut. Okay. Und da würde ich sagen, einfach weil, weiß ich nicht, hier hin. Da an die Seite mal jetzt aber keins ran. Warte mal, das brauch ich. Wieder. Ich brauch Holz, ich brauch Holz, ich brauch Holz, ich brauch Holz, ich geh mal Holz wieder komplett farm. Wollten wir nicht eigentlich, Flo? Ja. Die Monsterfalle weitermachen? Ja, deswegen bin ich ja gerade wieder im Cobblestone-Farm. Ich hab noch ein paar Stacks. Na gut, ich hab aber auch ein paar Stacks wieder. Wie lachst du? Äh, ich habe fünf im Inventar und das sind... Äh... Drei, sechs, neun Stück. Das wird reichen, glaub ich. Ich hab oben auch ausgeleuchtet, ein bisschen zumindest. Ich weiß nicht, wie viel das bringt. Aber... Das war so die Fackeln, die ich noch übrig hatte, um auszuleuchten. Ich glaub, es liegt an den Bäumen, dass ich grad ein paar Frame-Einbrüche hab. Sind ein paar viele Bäume. Ach ja. Ich hab... Alter. Aus... Ich weiß nicht. Ein paar Bäumen. Nicht wirklich vielen Bäumen. 38 Holz rausbekommen. Und ich hab Nachrichten bekommen. Zäune. Wir müssen noch Holz-Zäune. Kannen wir da Stein-Zäune eigentlich auch zubauen? Äh, zu zählen? Da steht... Baue 10... Äh, 20 Zäune. Zäune haben wir eigentlich schon gebaut. Stein-Zäune zählen ja eigentlich als Zäune. Zäune sind Zäune, egal wer... Dann haben wir das schon fertig. Wir brauchen noch Schalter. Und Schilder. Wow. Okay, Fallschüren haben wir jetzt auch fertig. Stein-Druck-Platten und Holz-Druck-Platten. Zehn Stück? Wofür brauchen wir das? Keine Ahnung. Steinknöpfe und Stein-Platten. Stein-Platten sind... Slabs, ne? Hm, glaub ich schon, ja. Verdammt, aber wir haben keine Stein-Platten, sondern Cobblestone-Slabs gemacht. Bisher. Ja. Ah, egal. Oh Gott. Es ist gerade erst mal Mitternacht. Du meinst jetzt Minecraft, ne? Ja. Gut, weil sonst wäre das echt creepy gewesen. Es hätten wir schon drei Stunden aufgenommen. Ja, solange kann ich das auch so nicht machen, weil ich morgens früh wieder fahre schon da auch. Ja, okay. Ne, solange wollte ich auch eigentlich nicht aufnehmen. Nur so ein bisschen. Gemütlich ein bisschen Minecraft machen.